Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem Wetter.net-Spezial. Ja, die Temperaturen, die sind jetzt schon relativ tief gesunken für Oktober. Teilweise gab es auch am vergangenen Wochenende und auch heute Morgen und gestern Morgen stellenweise Bodenfrost und Luftfrost. Und die ersten Schneeflocken bis auf 800 Meter ab, die hat es auch schon in den Alpen gegeben. Aber so richtig kalt ist es noch nicht geworden. Nun ja, es ist ja auch erst Oktober, aber auch im Oktober. Da kann es hier und da schon Schneeflocken bis in tiefe Lagen geben. Das gab es auch schon mal vor ein paar Jahren wieder mal im Rhein-Main-Gebiet. Da gab es Ende Oktober nasse Schneeflocken bis in tiefe Lagen. Aber es gibt eine Region, da wird es in den nächsten Tagen so richtig eisig kalt werden. Da kommt es zu einem massiven Kaltluftvorstoß und da muss man wirklich sagen, so geht Winter. Und diese Bilder lassen wahrscheinlich auch die Herzen so mancher Winterfreunde noch mal höher schlagen. Und vor allen Dingen dann, wenn wir uns diesen Temperaturtrend, Wettertrend jetzt mal anschauen. Die Temperaturen heute noch bis zu 16 Grad und bis zum Samstag, Sonntag, da stürzen die Temperaturen ab am Tag auf Werte um 0 Grad. Und es fällt sogar Schnee und die nächtlichen Werte sinken deutlich unter 0 Grad. Nachtwerte am Montagmorgen teilweise bei minus 10 Grad. Also so schnell geht Winter, das lässt wirklich das Herz von dem ein oder anderen Winterfreund ein klein wenig höher schlagen. Nun, das ist aber nicht bei uns der Fall, sondern mal wieder in den USA, im Norden der USA, in der Stadt Bismarck. Da steht ein krasser Temperatursturz bevor. Und wie der genau abläuft, das schauen wir uns gleich mal ein klein wenig genauer an. Und dann werfen wir einen Blick auf Deutschland und gucken mal, wie es bei uns weitergeht. Ja und wir sehen hier die Temperatur in 1500 Metern Höhe morgen am Mittwoch und die Kaltluft, die strömt schon hier nach Kanada, erreicht aber noch nicht den Norden der USA. Hier ist es teilweise noch relativ mild. Temperaturen wie eben gesehen 15, 16 Grad immer noch, aber dann Richtung Donnerstag. Dann nimmt diese Kaltluft Anlauf und strömt bis in die nördlichen Bundesstaaten hinein. Und dann beginnen die Temperaturen zum Teil deutlich zu sinken in 1500 Metern Höhe. Da liegen die Temperaturen hier in Kanada teilweise bei minus 15 bis minus 20 Grad. Ja und diese Kältezufuhr, die verstärkt sich bis zum Sonntag nochmal deutlich. Dann liegt dieser Kältebatzen wirklich komplett einmal über ganz Kanada und reicht hier runter bis in den Norden der USA. Und deswegen wird es auch hier in dieser Stadt Bismarck in den kommenden Tagen so kalt. Und deswegen gibt es hier plötzliche Temperaturen von bis zu 16 Grad, nur noch Werte um 0 Grad und auch Schneeflocken. Und auch sehr interessant ist der Wettertrend für die Stadt Denver. Da messen wir heute noch teilweise Temperaturen bis zu 29 Grad. Auch morgen ähnliche Werte, fast schon ein Hitzetag in Denver, ungewöhnlich warm, auch für die aktuelle Jahreszeit. Und dann geht es mit den Temperaturen wirklich auf und ab und das ziemlich geschwind. Und am Sonntag, da landen wir dann teilweise bei Temperaturen von nur noch 5 Grad, nachdem es am Tag vorher gut 20 Grad wärmer gewesen ist. Und es fällt sogar Schnee und auch hier gilt, die Nachttemperaturen stürzen ordentlich ab. Und am Montagfrüh werden hier stellenweise Frühwerte um minus 10 Grad gemessen. Wir sehen also auch hier ein großes Hin und Her und wirklich große Temperatursprünge. Von aktuell fast 30 Grad geht es runter auf Temperaturen von um die 5 Grad und Nachtwerte von bis zu minus 10 Grad. Also da kann man aktuell wirklich echtes Wetter erleben. Ja und wie geht es bei uns in Europa weiter? Schauen wir uns mal die Luftmassentemperatur an vom morgigen Mittwoch. Und wir sehen auch bei uns ist in 1500 Metern Höhe relativ kalte Luft herangeströmt. Und die hat sich jetzt ziemlich breit gemacht über weiten Teilen Europas. Und die kälteste Luftmasse, die liegt genau hier so über Deutschland und im Nordwesten teilweise auch Temperaturen bis zu minus 4 Grad morgen in 1500 Metern Höhe. Sonst verbreitet Temperaturen 0 bis minus 2 Grad in 1500 Metern Höhe. Ja und die warmen Luftmassen, die wurden weit zurückgedrängt nach Osteuropa und natürlich nach Südeuropa. Aber auch hier im Mittelmeerraum, da kam in der Höhe teilweise diese etwas kühlere Luft an und hat hier für sinkende Temperaturen gesorgt. Ja und wie geht es nun bei uns weiter? Mal der Sprung auf nächsten Mittwoch, den 21. Oktober. Und man sieht auch da gibt es einen Kaltluftvorstoß. Aber der Kaltluftvorstoß geht irgendwie so ein klein wenig an Deutschland vorbei. Er landet irgendwo hier in Osteuropa. Und was passiert sehr wahrscheinlich auf der anderen Seite? Da kommt sehr warme Luft, wie es nun aussieht, aus Südwesteuropa Richtung Deutschland geströmt. Das Ganze ist noch mit einem Fragezeichen versehen, denn die genaue Entwicklung ist noch etwas unsicher. Aber sehr wahrscheinlich könnte es nächste Woche statt kalten Luftmassen wieder etwas wärmer werden. Also ein Wintereinbruch bei uns im Oktober ist momentan eher unwahrscheinlich. Den gibt es wahrscheinlich eher Richtung Osteuropa. Ja und das war es auch schon vom Wetter hier bei wetter.net. Mein Name ist Dominik Jung. Ich bin Diplom-Meterologe bei wetter.net. Und wenn euch unser Wettervideo gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ja und denkt dran, bitte abonniert unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und einen schönen Dienstagabend.